Sie kennen sicherlich diese etwas abgestandene Börsenweisheit. Politische Börsen haben kurze Beine, derzeit sind sie besonders kurz. Gestern die Erleichterungsrallye wegen dem Ukraine-Konflikt bzw. der Meldung, die Russen würden die Truppen abziehen. Heute passiert das Gegenteil, wieder Ernüchterung, weil die Amerikaner sagen, nein, sie haben die Truppen doch nicht abgezogen, die Russen. Und während politische Börsen kurze Beine haben, haben geldpolitische, monetäre, eben ziemlich lange Beine. Gemeint ist damit die Politik der Notenbanken. Und da will ich Ihnen gleich zeigen, warum die Beine so lang sind und seit wann die Beine ein bisschen länger geworden sind. Das ist das eine. Aber wir wollen auch mal die Frage stellen, warum sagen die Amerikaner, dass die Russen nicht abgezogen sind. Natürlich können wir alle nicht beurteilen, wer recht hat. Die Russen, die sagen ja, wir sind dabei, Truppen abzuziehen. Die Amerikaner, die sagen, nö, ist nicht. Jedenfalls bräuchte man dafür ja irgendwie Beweise, das kann ein Privatmensch nicht leisten. Also hat jeder seine Wahrheit, die Börsen-News getrieben, rauf, runter. Wegen solcher Meldungen kann man also nicht verifizieren. Aber man kann vielleicht verifizieren, warum die eine oder andere Interessenslage besteht. Und aus Sicht der Amerikaner ist die Interessenslage so, dass sie eigentlich in diesem Ukraine-Konflikt nur gewinnen können. Denn es ist schlicht ja so, dass derzeit ja schon ein Prozess im Gange ist, nämlich der Versuch, Europa unabhängiger vom russischen Gas zu machen, von russischer Energie zu machen. Und aus europäischer Sicht ist es durchaus wünschenswert, nicht komplett abhängig zu sein von einem Lieferanten, sondern möglichst viele Lieferanten zu haben, um dort, naja, weniger Klumpenrisiken zu haben. Aber offenkundig ist das natürlich ein durchaus nicht unwesentlicher Punkt aus Sicht der Amerikaner. Und so kann es vielleicht sein, dass die eine oder andere Meldung geostrategisch bedingt ist, interessensgesteuert vielleicht kommt. Weswegen eben dann zum Beispiel auch interessanterweise heute ja schon Stoltenberg von der NATO gesagt hat, heute Vormittag. Also wir sehen nicht, dass die Russen Truppen abziehen. Nicht viel Reaktion an den Märkten als US-Außenminister Blinken, das sagte dann sofort Reaktion. Und wie wir hier sehen, war die Reaktion durchaus üppig. Da ist dann auch seitdem nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Man schwankt so ein bisschen hin und her. No evidence of Russian pullback. Sogar das Gegenteil, sagte Blinken. Es sieht sogar aus, als würden die Russen da irgendwie noch weitere Truppen heranziehen. Wie gesagt, das kann man nicht aufdröseln. Das ist völlig unmöglich. Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Pokerspiel, was hier stattfindet. Da geht es um Geopolitik und da reizt jeder sein Blatt aus. Und die Märkte sind so ein bisschen hin und her geschmissen durch diese Propagandashow, könnte man sagen. Und Christian Rieck, ich hatte auf dieses Video schon mal verwiesen, versucht einfach mal, sich in die spieltheoretische Ausgangslage der verschiedenen Player einzudenken. Und er sagt, die absolut beste Position haben die Amerikaner. Die haben eigentlich nur zu gewinnen in diesem Konflikt. Und dementsprechend könnte es ja vielleicht sein, dass der eine oder andere Meldung kommt, dass dieser Konflikt ja irgendwie zumindest weiter geköchelt wird, zumindest medial weiter geköchelt wird. Denn es ist ja schlicht so, haben sie irgendwie von jemand anders gehört, permanent die Meldungen. Also in wenigen Stunden könnte es soweit sein, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren. Immer wieder diese Meldungen. Das wurde also sehr, sehr hoch gekocht. Und da gibt es vielleicht ein paar denkbare Motive dafür, worum das so ist. Wenn wir uns mal zumindest die Kräfteverhältnisse anschauen. Klar, die Amerikaner haben gesagt, wir würden nicht aktiv hier eingreifen in der Ukraine. Aber schauen wir uns mal die Kräfteverhältnisse an. Hier sehen wir die USA mit Abstand. Größt Rüstungsausgaben mehr als die nächsten sechs Nationen zusammen. Die nächsten, nächstgrößeren Militärausgaben der sechs Nationen, die hier der Fall sind. Unter anderem von China. Russland sehen wir hier relativ klein. Da ist also überhaupt keine Konkurrenz zu fürchten, normalerweise. Also da ist es sicherlich nicht angezeigt, auf Sicht der Russen, sich da hier auf eine Konfrontation mit den USA und mit der NATO schon gar nicht einzulassen. Von daher hier mal einfach die Kräfteverhältnisse. Und hier sehen wir natürlich auch einen Punkt, die Abhängigkeit der Europäer von den russischen Gas- und Öllieferungen. Das ist der Grund, warum hier Energiepreise massiv nach oben geschossen sind. Aber zum Beispiel hier die Preise für Strom in den USA nicht. So ein Zufall. Aber auch oben sehen wir die Gaslager in der EU, die nach wie vor besorgniserregend leer sind. Und natürlich ist diese Gaslieferung, diese Öllieferung der Russen, das ist natürlich eine gewisse Einflussnahme. Das beginnt ja bei unserem Ex-Kanzler Schröder etc. etc. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass die Amerikaner das nicht so gerne sehen, wenn diese Einflussnahme durch Russland da ist, wenn diese Verflechtungen da sind. Also wäre es noch sinnvoll, Europa so ein bisschen abzukoppeln von dieser Abhängigkeit der Energiezufuhr seitens Russlands. Das könnte durchaus im Interesse sein, zumal man ja eben jetzt im Prinzip einen Kalten Krieg 2.0 hat, wenn man so will. Wir haben auf der einen Seite den Westen unter Führung der USA und wir haben auf der anderen Seite China mit Russland, die praktisch den anderen Block bilden. Und natürlich kommt noch dazu, innenpolitisch hat es Joe Biden ja sehr schwer, die Popularitätsrate, die Zustimmungswerte sind absolut im Keller. Einer der Hauptgründe dafür ist die Inflation, weil die Amerikaner sagen, Pups, das ist ja nicht mehr auszuhalten, was da passiert. Und der politisch vielleicht wichtigste Preis ist der Preis an der Tankstelle für die Amerikaner. Jetzt sehen wir, dass hier das erste Mal seit Juli 2014 der Durchschnittspreis in den USA für eine Galone die Marke von 3,50 Dollar überschritten hat. Und wenn ich natürlich immer irgendwie auf einen äußeren Feind verweisen kann, dann kann ich natürlich innenpolitisch die Dinge auch ein bisschen runterkühlen, könnte man vielleicht formulieren. Und das war ja auch der gute Herr Biden, der der FED ziemlich klar gesagt hat, bringt mir die Inflation down, sonst Problem, sonst nichts Neunominierung von Jerome Powell. Und der tat, wie ihm geheißen, das alte Paradigma transitory in Sachen Inflation war plötzlich vergessen. Es ging noch nie so schnell, dass jemand seinen Hals gewendet hat wie Jerome Powell. Das gab es nicht mal in der DDR, was wir da erlebt haben. Und heute kommt ja um 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Erinnern wir uns, 5. Januar letzten, oder am 5. Januar war das letzte FOMC-Protokoll. Und dann haben die Märkte erst so ein bisschen gerafft, was eigentlich Sache ist, was diese hawkische Wende der FED jetzt nicht reine Rhetorik ist, sondern sich offenkundig in Handlung umsetzen will. Bank of America sagt deswegen, also okay, es ist natürlich schon ein bisschen her, dieses FOMC-Protokoll. Ja, stimmt, das ist natürlich ein paar Tage her, allerdings wird das permanent redigiert. Der Wortlaut dieser FOMC-Protokolle wird ja erst nach sieben Jahren veröffentlicht. Das heißt, man ist permanent dabei, dieses Protokoll zu redigieren, bevor es dann heute um 20 Uhr rauskommen wird, also redaktionell zu bearbeiten, aber Bank of America sagt, ja, schaut euch mal an hier, Quantitative Tightening Intentions and Mechanics, ob es da irgendwelche Aussagen gibt. Also zur Bilanzreduzierung, das könnte der eigentlich spannende Punkt sein. Und ja, natürlich weiß die FED, dass sie in einer ziemlich miserablen Lage ist. Andrew Agassi für das Prekariat hat mit dem Namen Neil Kashkari, das dauerste Mitglied der FED, hat heute gesagt, ja, also wenn wir jetzt zu aggressiv die Zinsen anheben, dann könnten wir die Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Natürlich ist das richtig, aber was willst du tun, wenn du eine hohe Inflation hast und einen Arbeitsmarkt, wo Arbeitskräftemangel ist, weil die Leute gar nicht mehr arbeiten wollen, noch gestopft unter anderem durch Helikoptergeld. Also muss irgendetwas passieren. Und wenn wir uns mal schauen oder wenn wir eigentlich mal hinter die Kulissen blicken, dann ist die Inflationsberechnung in den USA noch weit zu niedrig, denn die Komponente Rents oder Homeowners Equivalent Rent, wie auch immer, die macht etwa ein Drittel der gesamten Inflation aus. Und hier sehen wir mal den Zillow Rent Index. Zillow ist eine Vermittlungsplattform für Immobilien, die den besten Überblick haben über das, was an Preisen aufgerufen wird. Hier sehen wir rot, wie das Viagra-mäßig nach oben gegangen ist, während die offizielle Berechnung CPI-Rent oder CPOER deutlich hinterher hinkt. Also wenn hier diese Inflationsberechnung sauber passieren würde, dann wäre die Inflation deutlich, deutlich höher, als sie offiziell ausgewiesen ist. Also das Problem ist eigentlich schlimmer. Und das Problem trifft jetzt vor allem auch diejenigen, die durch diese horkische Wende der FED jetzt unter Wasser kommen könnten. Denn die sogenannten 30-Year Mortgage Rates, also praktisch die Zinsen, die man für einen Immobilienkredit zu tragen hat, und das ist in den USA ja anders als in Deutschland flexibel, also bei uns ist das ja 15 Jahre, 10 Jahre, 15 oder 30 Jahre gebunden, hier ist der Zinssatz flexibel. Deswegen trifft das die Leute, die haben schon himmelhohe Preise bezahlt für ihre Immobilien, jetzt werden die Kredite noch teurer. Auch das muss die FED berücksichtigen. Also wie kann man diese ganze Geschichte lösen? Und heute hatten wir interessante Daten, nämlich die Einzelhandelsumsätze viel besser als erwartet, nachdem die Daten aus dem Vormonat, also die Daten aus dem Dezember, heute wurden die Januar-Daten gemeldet, da waren die schwach. Jetzt waren sie umso stärker, auch die Import- und Exportpreise übrigens mit starkem Anstieg. Und da fragen sich viele, ja wie kommt das? Und da sagt man vielleicht zu Recht, ja, wenn die Leute weiter steigende Preise erwarten, dann kaufen sie halt jetzt. Also das ist sozusagen die Furcht vor weiter steigenden Inflation, die dann zu einer self-fulfilling prophecy wird. Die Leute kaufen jetzt in der Erwartung, es wird später teurer, dadurch wird die Inflation noch gesteigert. Und was ist eigentlich Inflation? Das zeigt hier dieser Cartoon sehr gut. Gut, Inflation ist dann, wenn jeder so reich ist, dass niemand sich mehr etwas leisten kann, das ist vielleicht einer der schönsten Beschreibungen. Die Leute sind ja unendlich reich, weil das Geld sich so vermehrt, aber dennoch können sie sich nichts mehr leisten, weil die Preise so stark steigen. Also das bringt die Situation auf den Punkt und zeigt mal so, diese himmelhohe Klufte zwischen den Retail-Sales, den Einzelhandelsumsätzen, die ein neues Hoch erreicht haben, sogar ein Allzeithoch. Noch nie wurde in Dollar so viel umgesetzt, wie jetzt im letzten Monat. Aber wir sehen unten den Consumer Sentiment Index von der Uni Michigan und der ist im Absturz, so schlecht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Das ist eben die Unzufriedenheit auch mit den steigenden Prices, die hier zu dieser Kluft offenkundig führt. Und wenn wir jetzt nochmal zur hockischen Wende kommen, Seit wann haben die Aktienmärkte eigentlich ein Thema? Seit dem Zeitpunkt, als Cheromi Paul das Paradigma Transitory hat fallen lassen. Hier sehen wir das. Und seitdem ist es nämlich so, dass die Tage, in denen der SPY, also der S&P 500, wenn man so will, dauerhaft, den ganzen Tag im positiven Territorium geblieben ist, so gering wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr. Also das hat an den Märkten etwas ausgelöst, dieses Kassieren von Transitory. Und das, wie gesagt, ist der Ordre de Mufti von Biden, der Paul gesagt hat, du wirst neu nominiert, aber nur dann, wenn du mir die Inflation runterbringst. Also hat Paul gesagt, Inflation müssen wir bekämpfen, oberste Priorität. Und das hinterlässt dann Spuren auch bei den Märkten, etwa bei den Dickfischen, die von der Bank of America befragt werden, wo ist eigentlich der Fettput? Also wo ist das Sicherheitsnetz unter den Märkten? Dann sagen die meisten, ja, so bei 3.750 Punkten, sagen gut 30 Prozent, das wären also so um und bei 700 Pünktchen, das wäre schon noch ein ziemliches Pfund. Andere sehen den sogar noch tiefer oder teilweise höher. Also wir sehen, dass dieser Fettput, dieses Sicherheitsnetz, für die Märkte deutlich nach unten gelegt wurde, aus Sicht der Großinvestoren. Und ich glaube, da ist natürlich was dran. Selbige werden übrigens auch skeptischer, was die Wirtschaft betrifft. Die sagen, wir sind in einem Spätzyklus schon jetzt der Wirtschaft. Man rechnet also offenkundig mit einem baldigen Abschwung. Aber wir haben das letzte gallische Dorf, das hat den Namen EZB, sitzt in Frankfurt und ist nach wie vor überzeugt, dass die Inflation also sehr bald runterkommt, weswegen man ja eigentlich nichts machen muss oder nur so ein bisschen. Jetzt hat der Balte-Kasacke gesagt, also es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr noch die Zinsen anheben. Mir klingt es noch im Ohr, wie Madame Lagarde gesagt hat, sehr unwahrscheinlich, dass 2022 die Zinsen angehoben werden. Nichts ist so alt wie die Einschätzung von gestern der EZB. Also das ist schnell gegangen. Und heute Morgen ja diese Bemerkungen von EZB Schnabel, die Deutsche. Da es immer wahrscheinlicher wird, dass sich die Inflation in der Eurozone mittelfristig bei 2% stabilisieren wird. Damit hat sie im Prinzip die Inflationsprognose der EZB von 1,8 auf 2,0% nach oben gehoben. Das ist die eine Mitteilung. Die andere Mitteilung, wenn Sie das Ganze übersetzen wollen, dann heißt das faktisch, da es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Inflation bei 2%, sondern höher ist. Das genau meint Schnabel und deswegen sagt sie, müssen wir über eine Normalisierung unserer Politik nachdenken. Aber sie darf natürlich nicht sagen, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Inflation bei 2% liegt. Da sind die dialektischen Nöte einer Notenbänkerin sehr, sehr lustig. Und hier sehen wir mal nicht so lustig, wie die Hauspreisanstiege sich derzeit darstellen. Es gibt kein Land in Europa, wo die Hauspreise so dermaßen gestiegen sind wie in Germany. Nein, wir sehen, das ist ja dieser dunkelrote Graph. Also da geht es senkrecht, denn nach oben würde man das so berechnen wie die Amerikaner. Und das war ja schon mal eine Überlegung der EZB. Wir müssten die sogenannte Homeowners Equivalent Rent einrechnen. Also was würden sozusagen Hausbesitzer an Miete zahlen, wenn sie jetzt das Haus nicht besitzen würden? Auch das ist die feinste Dialektik. Jedenfalls die Amerikaner tun das, wir tun das nicht. Wenn wir das tun würden, dann wäre unsere Inflation mindestens so hoch wie die der Amerikaner. Das sollte man nicht vergessen. Jetzt nochmal zu diesem Thema amerikanisches Interesse, Ukraine-Konflikt. Geht es da um was geht es da eigentlich? Wie ist die Ausgangslage? Da kann ich einen Artikel empfehlen, meine Damen und Herren, den ich unter dem Video verlinken würde. Der heißt Ukraine und Russland, die Krise aus geopolitischer Perspektive. Was eigentlich ist von Geografie bis Militär? Was sind da die Interessen? Warum handeln welche Akteure? So wie sie es tun. Das hat ja Christian Rieck schon angeschnitten, diese Thematik. Hier ein eigener Artikel aus sehr stark geostrategischer Sicht. Kann ich Ihnen nur dringendst empfehlen, werde ich unter dem Video verlinken. Und auch den Artikel blinken, macht Aktienparty kaputt. Da geht es um Gas. Dort auch integriert das Video von Christian Rieck. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ist ein Mastzieh, weil es wirklich die spieltheoretische Ausgangslage, die Interessenslage der Player auf den Punkt bringt. Also diese beiden Artikel unter dem Video. Um 20 Uhr sehen wir uns, meine Damen und Herren, zum FOMC-Protokoll auf Finanzmarktwelt.de. Die Highlights, die Headlines, das was wichtig ist, was bedeutet das, was wird das mit den Märkten machen. Also Rheinschalt um 20 Uhr. Ich sage Servus und Ciao.